Was ist das Leben, was sie sind? Ich weiß, dass er recht hat, denn er ist nicht nur derjenige, der diese Bücher macht, sondern er hat angefangen, sich seine eigenen Zeichen zu schaffen, damit es möglich wird, mathematische Zeichen in einer Form darzustellen, die nicht so nebenbei entstanden sind, weil keiner sie geliebt hat. Wer Mathe liebt, liebt Johannes. Johannes kommt bitte auf die Bühne. Ja, danke Boris, guten Abend. Also heute, wie es Boris schon angekündigt hat, etwas anderes als normalerweise, eben keine Textschrift, sondern eine Mathematikschrift. Also eine Schrift mit allen möglichen Mathematikzeichen, Formelzeichen, dass man damit Formelsatz machen kann. Zunächst ein klein wenig Vorgeschichte. Die Mathematiktypografie hat über Jahrhunderte eigentlich die Entwicklung der normalen Typografie mitgemacht, was es an neuen technischen Möglichkeiten gegeben hat. Wurde bald auch irgendwie von Mathematikern aufgegriffen, die dann halt verschiedene Alphabete auch einsetzen konnten. Und es hat eigentlich recht früh schon eine hohe Qualität gegeben. Also das Beispiel von 1637 von Descartes ist, denke ich, für damals schon wirklich ein guter Mathematikssatz. Einiges könnte man natürlich inzwischen schöner und besser machen, aber für das 17. Jahrhundert ist das schon wirklich schön. Und so ging es über die Jahrhunderte weiter bis sehr ausgefeiltem Mathematikssatz auf der Monotype, wo es ein Vierzeilensystem gegeben hat. Wirklich ganz raffiniert und mit tollen Ergebnissen. Und dann kam der Fotosatz. Und in der Zeit sah es zum Teil so aus, da wurde den Autoren erzählt, das vernünftig zu setzen ist zu teuer. Ihr müsst das mit Schreibmaschine machen und schreibt eure Formelzeichen eben von Hand hinein. Also das war wirklich seit 1500 eigentlich der Tiefpunkt. Das ist ja kein richtiger Fotosatz. Und im Fotosatz hat der Mathematikssatz nicht funktioniert, war zu teuer, die Systeme waren nicht da. Und dann kam so etwas raus. Das ist jetzt wirklich relativ willkürlich herausgegriffen aus der Zeit. Einfach ein Beispiel, wie sowas ausgesehen hat. In meinem Studium müsste ich sowas auch noch lesen. Und das ist grauenvoll. Und dann gibt es einen amerikanischen Informatikprofessor, der sich über so etwas eben geärgert hat und dann ein eigenes System namens Tech programmiert hat. Ursprünglich dachte er, dass er in so einem Sabbatical, also in einem halben Jahr das machen kann. Er war insgesamt letztlich zwölf Jahre damit beschäftigt dann, glaube ich. Die erste Version von 78, die erste brauchbare von 82. Und auch die ganzen Schriften hat er dazu gemacht und auch ein System, mit dem er diese Schriften machen konnte. Also 1982, das war vor Postscript. Und so wie das mit Tech dann zu setzen war, sieht inzwischen sehr viel der Weltmathematik aus. Und mir hat am Anfang, als ich das entdeckt habe, das sehr gefallen. Das war so ein Spielzeug, wie ich es schon immer haben wollte. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Schrift nicht so gut ist. Also für 1982 war es natürlich eine tolle Errungenschaft, aber inzwischen kann man es doch besser machen. Wir haben dann auch Zeichen gefehlt. Ich habe angefangen dazu, Zusatzzeichen zu designen. Aber ich habe gemerkt, die Schrift ist insgesamt nicht so toll. Und vor allem, wenn 90 Prozent der wichtigen Weltmathematik so aussieht, langweilt man sich irgendwann und möchte einfach mal wieder eine andere Schriftart sehen. Und dann habe ich eben überlegt, welche Schrift dafür in Frage kommt und habe mich umgeschaut und war ziemlich bald bei Adobe Minion. Relativ bekannte Schrift, denke ich. Natürlich auch beliebt, auch bei Wissenschaftsverlagen verbreitet. Also auch mit der Aussicht, dass ein gewisser Markt dafür da ist dann. Was ich brauche für den Mathematikssatz ist eben eine gut ausgebaute Brotschrift, wie man es früher genannt hat. Also so eine sehr angenehme, unaufdringliche Schrift ohne besonders auffällige Formen und eine Serifenschrift auf jeden Fall. Und für Minion haben vor allem zwei Gründe gesprochen. Zum einen, dass sie die griechischen Buchstaben schon hat und dabei auch viele Formen, die kritisch sind, also die sich deutlich von einem Lateinbuchstaben oder aufrecht und kursiv unterscheiden müssen. Und das andere, dass sie mit optischen Größen schon gekommen ist. Also das war die Open Type Minion ab 2001, ist die, glaube ich, erschienen. Und in der normalen Topografie sind optische Größen nett, aber man kann sich auch ohne behelfen. In der Fußnote macht man halt die Laufweite ein bisschen größer, in der Überschrift vielleicht ein bisschen kleiner. Und man kann es so ausgleichen und kommt im Normalfall ohne optischen Größen aus. Aber in der Mathematik habe ich ja ständig die Mischung von verschiedenen Größen. Ich habe mein Grundzeichen. Ich habe ein Exponenten oder einen Index dazu. Und ich mische ständig verschiedene Größen. Und wenn ich da keine optischen Größen verwende, sehen die Exponenten und Indizes einfach zu leicht aus. Das gibt kein schönes Bild. Und für höchste Qualität möchte man eben die optischen Größen haben. Bei der Gestaltung habe ich mir von Anfang an ziemlich hohe Ziele gesetzt. Ich wollte das eben alles sehr einheitlich gestalten, dass wirklich alle Zeichen gut zueinander passen. Und für mich als Mathematiker so aussehen, wie sie aussehen sollen. Ich versuche dabei aber auch alle Regeln zu beachten, von denen ich weiß. Zum Beispiel gibt es auch DIN-Normen für den Mathematik-Satz. Die versuche ich auch zu beachten dabei, jedenfalls soweit sie sinnvoll sind. Dann war mir ziemlich bald klar, dass es sehr vollständig sein soll, dass ich eben alle Unicode-Mathematik-Zeichen abdecken möchte. Das sind jetzt einfach zwei Zeilen aus der Unicode-Tabelle herausgegriffen. Mit jeweils 16 Zeichen. Ein Teil davon habe ich, glaube ich, noch nie tatsächlich im Einsatz gesehen. Ich kann mir denken, was sie bedeuten sollen, wie sie verwendet werden können. Aber so im echten Leben habe ich manche davon, die ich jetzt designt habe, tatsächlich noch nie gesehen. Dann wollte ich es möglichst vielseitig haben. Ich habe zum Beispiel viele Varianten-Buchstaben und Alternativ-Buchstaben, weil es verschiedene Hausstile, Haustraditionen von Verlagen gibt oder auch länderspezifische Traditionen, dass Franzosen manche Mathematik anders sehen wollen als Amerikaner oder als Russen. Und das versuche ich jedenfalls nach und nach auch abzudecken, dass ich dafür Alternativ-Buchstaben habe und es eben nicht auf eine bestimmte Art festgelegt ist. Und ich wollte eben möglichst wenig typografische Einschränkungen. Also ich wollte mehrere Gewichte und das auch durch die optischen Größen durch und in allen Gewichten und Größen alle Zeichen haben, weil ich bei anderen Mathematikschriften häufig das Problem hatte, das kann ich jetzt nicht in eine Fußnote setzen, weil ich das Zeichen nicht in klein habe oder nicht in eine Überschrift, weil ich es nicht im Fett habe. Und von diesen ganzen Einschränkungen wollte ich so weit wie möglich loskommen. Die Zeichen, die man im Mathematikschatz verwendet, kann man nach ihrer Form eigentlich in drei Klassen einteilen. Nämlich einmal so geschriebene Zeichen, also so Buchstaben ähnlich, die halt wirklich sehr gut zu der verwendeten Schrift passen müssen. Dann so gezeichnete Zeichen, die also sehr konstruiert sind, alles mit einer gleichmäßigen Strichstärke. Ursprünglich war das aus der Not geboren, weil man nicht zu einer Schrift die ganzen fassenden Zeichen gestalten konnte. Und im Bleisatz wurden halt aus Linien und Kreuzen und Ähnlichem das dann zusammengesetzt. Das hat sich aber zu einem Merkmal entwickelt, weil es halt nochmal eine weitere Kontrastmöglichkeit bietet, wenn man so geschriebene und so gezeichnete Zeichen miteinander kombiniert. Die kann man dann besser auseinanderhalten. Und die dritte Kategorie ist dann beides gemischt. Und zum Beispiel die Pfeile, da meine ich, dass die Pfeilspitze sehr gut zu der Schrift passen muss. Bei Dominion habe ich es jetzt aus dem Guinness, also dem französischen Anführungszeichen, abgeleitet. Oder es gibt halt Klammern, die mit so einem Strich geschlossen werden, oder Integralzeichen, wo noch mal etwas drüber gelegt wird. Da hatten wir eben so gemischte Fälle. Und das versuche ich halt natürlich auch möglichst gut durchzuziehen durch das Ganze. Für die Einheitlichkeit, die ich vorher gesagt habe, hier nochmal ein Beispiel. Es soll halt alles natürlich in der Größe gut zusammenpassen, in der Form und in der Farbe, also in der Graustufe, in dem Grauwert, dass das alles ein möglichst gleichmäßiges Schriftbild gibt. In anderen Schriften habe ich auch einzelne Zeichen gestört, die plötzlich irgendwie zu fett oder zu groß sind. Und das versuche ich so gut wie möglich natürlich einheitlich zu gestalten. Und noch ein Beispiel für die zusätzlichen Buchstaben. Vielleicht mein Lieblingsbuchstabe, das sogenannte Weierstrass P. Das ist ein kalligrafisches kleines P, benannt nach einem deutschen Mathematiker des 19. Jahrhunderts. In Unicode falsch benannt. Steht auch ein Kommentar dazu in Unicode. Also das oben ist das, was in Unicode zu diesem Zeichen drinsteht. Und hier die Zeichen aus dem Minion, an die ich das neue Zeichen angelehnt habe, wo ich eben verschiedene Elemente aus dem Minion genommen habe. Also zum Beispiel die kleine Schleife bei dem P, wie sie es reinschleift, noch dann von dem S unten genommen oder der Bogen ungefähr vom kleinen B genommen, dass es eben wirklich sehr gut zu dem Minion passt. Soviel zur Gestaltung. Jetzt ein bisschen zur Entwicklung. Angefangen habe ich mit den zwölf Schnitten der Minion, die es damals gegeben hat. Drei Gewichte in vier optischen Größen. Ziemlich bald darauf hat aber Adobe ein weiteres Gewicht Medium dann definiert, wohl weil Regular in manchen Umständen etwas zu leicht war. Dann habe ich mich entschlossen, das eben auch zu unterstützen. Und bald habe ich festgestellt, dass ich noch eine zweite optische Größe unterhalb der Grundgröße brauche, weil Exponenten und Indizes eben in zweiter Stufe vorkommen können. Und traditionell werden eben mindestens drei Größen verwendet. Und die rot hervorgehobenen sind eigentlich die jetzt wirklich wichtigen Schnitte, mit denen man schon sehr vernünftig setzen kann. Die ganzen anderen sind Luxus, aber natürlich schön, wenn man es mitmachen kann und wenn man es auch zur Verfügung hat. Angefangen mit dem Ganzen habe ich 2002, eben mit dem ursprünglichen Plan dieser zwölf Schnitte. Und ich dachte, so mit 1200 Glyphen pro Schnitt komme ich dann aus. So ungefähr in dieser Version wurde es dann auch 2004 bei meinen Beiträgen für Detailtypografie verwendet. Ursprünglich habe ich es auch nur so für mich selber gemacht und dachte, ich kann es dann halt vielleicht Kunden anbieten, denen ich ihre Bücher setze. Aber nachdem halt das in Detailtypografie sehr schön ausgesehen hat und mir klar war, das Ganze funktioniert doch recht gut, habe ich angefangen mit Adobe zu verhandeln. Sodass ich dann auch nach einiger Zeit der Verhandlung einen Vertrag mit Adobe habe, sodass ich es jetzt auch wirklich Minion, also Minion Merv nennen darf, Originaldaten von Adobe verwenden darf und das Ganze veröffentlichen darf. Ich muss dafür dann wieder Lizenzgebühren an Adobe zahlen. Aber 2008 konnte ich so das erste offizielle Release machen. Da waren es dann eben schon die 20 Schnitte mit dann 1300 Glyphen. 2011 war noch mal ein großer Schritt, weil ich da eine echte Mathematikkursive gestaltet habe, komme ich gleich noch dazu. Und eine wichtige OpenType-Tabelle dann auch erstmals in der Schrift unterstützt war, komme ich auch gleich dazu. Aktueller Stand ungefähr 4100 Zeichen und geplant sind insgesamt über 6000. Also da sind auch viele Varianten dabei, dass ich breitere Akzente oder größere Klammern brauche, aber es läppert sich halt einfach zusammen und es ist einfach viel dann. Es gibt es halt leider alles und man braucht es, wenn man es vernünftig machen will und ich wollte halt nicht auf halbem Weg irgendwie stehen bleiben dann. So, ein bisschen zur Technik. OpenType-Features sind natürlich inzwischen auch drin. Also es gibt Kerning, meines Wissens die einzige Mathematikschrift, die wirklich für die Mathematikbuchstaben Kerning implementiert hat. Es gibt ein paar Ligaturen, es gibt einen Size-Feature, was eben die optischen Größen regelt. Es gibt Onum für Old-Style-Munerals, also was die Ziffern umschaltet. Und dann gibt es bisher zwei spezielle für die Mathematik, SSTY, Script-Style. Das selegiert andere Buchstabenformen für Exponenten und Indizes als für die Grundschrift. Und es gibt DTLS, Dotless-Forms, weil die Mathematiker gerne über alle Buchstaben Akzente drüber setzen, so auch über I und J und über dieses Feature wird eben ein I und J ohne Punkt ausgesucht, wo man dann einen Akzent drüber setzen kann. Insgesamt ist es bei den Features noch recht ausbaufähig, also man kann den ganzen riesen Zeichenvorrat noch deutlich besser erschließen. Da bin ich natürlich dran, da noch mehr zu machen. Und dann eben diese gerade erwähnte OpenType-Math-Table. Das sind ungefähr 60 Parameter drin, wie Formelteile spazioniert werden, also welche Abstände zwischen welchen Teilen gesetzt werden und wie sie positioniert werden, also wie hoch mein Exponent, wie tief mein Index steht, wie Brüche zusammengesetzt werden. Dann gibt es Glyphen-Listen, wo zum Beispiel größere Klammern so als verkettete Liste drinstehen, dass das Programm, das das Ganze setzt, eben weiß, wo ich meine nächste Klammergröße finde oder meinen nächst breiteren Akzent. Und es gibt wirklich glyphenspezifische Informationen, zum Beispiel wie ein Akzent positioniert wird. Also hier bei dem D, das Dritte mit den roten und grauen Balken ist eben angedeutet, und im D steckt also Information drin, wo es eine Achse ist, und bei dem Akzentzeichen auch, und diese beiden Achsen werden übereinander positioniert. Und das mit dem Gamma und Delta auf der rechten Seite, es gibt ein sogenanntes Marv-Körning darin. Da hat man nicht wie ein Bleisatz sozusagen Kästchen, und die Kästchen werden aneinandergesetzt, und bei jedem Buchstaben kann ich so Ecken abschneiden, dass diese näher aneinandergesetzt werden. Ziemlich kompliziert, aber es führt halt zu einem besseren Ergebnis. Also ganz rechts unten mit dem roten und grauen Treppenbalken ist angedeutet, wie das funktioniert. Das Gamma ist mit dieser roten Ecke sozusagen ausgeschnitten, und bei dem Delta ist diese graue Treppe, und damit können die beiden näher aneinandergesetzt werden. Also es steckt wirklich sehr viel technische Information drin, sonst wäre es natürlich nur eine große Ansammlung von Zeichen, aber damit wird es halt wirklich vernünftig verwendbar. Aber es ist viel Aufwand, von dem man wenig sieht, weil das halt in der Schrift alles drinsteckt, ohne dass man es wirklich mitbekommt dann. Ich habe kein einziges Programm, das mir alles macht, was ich wirklich machen muss für das Ganze. Ich verwende natürlich Frontlab Studio 5, aber eigentlich nur für Tests und Überprüfungen und um ganz am Ende meinen Front zusammenzubauen. Ich verwende das Adobe Front Development Kit, um die OpenType Features und das Klassenkörling reinzubringen. Ich verwende den freien Fronteditor FontForge mit einem Python-Skripten, und der kann eben diese OpenType Math Table schreiben. Und die eigentliche Entwicklung mache ich an im Programm namens Metatype1, und die Schriften sind eigentlich programmiert. Also ich mache wenig wirklich grafisch am Bildschirm. Ich schaue mir natürlich an, was rauskommt, aber ich schreibe eigentlich kleine Programme pro Buchstabe oder pro Zeichen, ein kleines Programm, aus dem meine 20 Zeichen und 20 Schnitten dann generiert werden. Das Ganze wäre aber mindestens ein eigener Vortrag, wenn nicht ein eigenes Seminar. Also nicht mehr zur Technik jetzt. Der Zeichenvorrat, so etwas im Überblick dann. Die Mathematiker verwenden ja alle möglichen Alphabete oder Schriftorten, und die müssen auch wirklich in einer Fontdatei alle drin sein. Das sind alle in Unicode mit eigenen Nummern vorhanden. Drin ist natürlich die Grundschrift, Latein und Griechisch, in normaler Fette und in Fett. Also das Fette-Alphabet ist mit drin in einer Schriftdatei. Dann diese spezielle Mathematikkursive, auch Latein und Griechisch, auch normal und Fett. Dann haben die Mathematiker sich noch so einen Doppelstrich oder Englisch Double Stroke oder auch Blackboard Barreled, also Fett, wie man es an der Tafel schreiben würde, ausgedacht. Der ist inzwischen auch komplett drin, allerdings nur Latein und nur aufrecht. Das braucht dann auch noch eine Schreibschrift, also so eine formelle Schreibschrift, englische Schreibschrift, Anglässe, Copperplate, wie auch immer, und eine Fraktur. Und auch noch in Unicode vorgesehen sind eine serifenlose, eine serifenlose Kustive, und auch noch so eine Monospace-Schreibmaschinenschrift. Die ist fraglich, aber die anderen werde ich schon unterstützen. Ich habe mich nur lange auf die Entwicklung der Zeichen konzentriert, weil es leichter ist, ein Alphabet von woanders herzunehmen, also eine andere Schriftart dazuzunehmen, während ein fehlendes Zeichen, das man woanders irgendwo hernehmen muss oder basteln muss, wesentlich störender ist dann. Die Mathematikkursive ist so, dass die breiter läuft als die normale Kursive, weil die Mathematiker die Kursiven als Einzelbuchstaben verwenden. Normale Textkursive soll sich am Text integrieren und nicht aufpassen, und die Mathematikkursive soll eben eher auffallen. Die Mathematik ist ja gerade das Wichtige. Zum Teil hat es auch ein bisschen andere Buchstabenformen. Also das kleine g wird gern diese Form bevorzugt von Mathematikern. Oder das Gamma habe ich ein bisschen anders gestaltet, damit es sich eher vom y abhebt. Und als Beispiel, also so könnte halt ein Satz aussehen dann. Das Ganze kann aber auch in einer kursiven Umgebung vorkommen, und dann muss ich eben diese einzelnen Kursivbuchstaben natürlich besser abheben. Und wenn er breiter läuft, tut er das. Oder noch schlimmer ist es halt in Sprachen, die einbuchstabige Wörter haben, wie das Englische mit A und I. Und da muss ich die Mathematik trotzdem gut abheben. Oder auch Französisch mit I und A hat man auch einbuchstabige Wörter und dann die einzelnen Mathematikbuchstaben. Dafür ist es halt wirklich wichtig und das ist halt nochmal so ein zusätzliches Qualitätsmerkmal, dass die Schrift jetzt wirklich eine eigene Kursive für die Mathematik hat. Zeichenvorrat. Ich habe mal ungefähr abgezählt, wie viele Zeichen in verschiedenen Klassen ich habe. Also so Verknüpfungszeichen. Also Jungtoren, Relatoren, das sind so Vergleichszeichen im breitesten Sinne. Pfeile gibt es eben auch eine breite Vielfalt. Sogenannte große Operatoren, also Summenzeichen, Produktzeichen und so weiter, gibt es in zwei Größen. Integralzeichen gibt es in drei Größen. Klammern gibt es in bis zu 14 Größen. Und dann eben noch größere zusammensetzbare, also mit seinem wiederholbaren Mittelstück, dass ich halt eine obere Teil an der Rundenklammer, ein beliebig langes Mittelstück und ein unteres Teil an der Rundenklammer habe. Wurzelzeichen brauche ich auch in vielen Größen. Buchstaben mit den ganzen Alphabeten oder Schriftarten läppert sich das halt auch zu einem riesengroßen Vorrat zusammen. Die sind bei weitem auch nicht alle gestaltet. Dann gibt es alle möglichen vermischten Zeichen, Spielkartensymbole, Würfelzeichen, geometrische Zeichen, Winkelzeichen. Das läppert sich auch zusammen. Diakritika gibt es auch eine breite Vielfalt. Weil die Mathematiker halt gerne viele Akzente über ihre Buchstaben drüber setzen. Die gibt es dann auch noch in breiter, dass man es über mehrere Buchstaben ziehen kann. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, wo ich nicht recht wusste, wie ich die nennen soll. Auf Englisch wären es Goodies, auf Deutsch eben Nettigkeiten oder Gurteln oder Leckerli. Also so Sachen, die jetzt nicht speziell mathematisch sind, sondern wo ich denke, die können auch für Typografen insgesamt interessant sein. Also was so ein bisschen Richtung Typoschmuck geht oder halt so Zusatzsachen, die man auch noch gerne in einer Schrift manchmal vorfinden möchte. Zum Beispiel gibt es einen Pfeilbaukasten. Also ich habe linke und rechte Endstücke und dann so Mittelstücke. Und die Mittelstücke eben auch negiert, also mit so einem Strich durch und auch noch mit einer Lücke. Und aus denen kann ich dann eine große Vielfalt von Pfeilen zusammensetzen, auch in beliebiger Länge. Und als Mathematiker brauche ich das halt auch oft, weil ich irgendwelche Diagramme habe, wo ich einen langen Pfeil zwischen irgendwie zwei Strukturen dann ziehen muss. Und damit kann ich halt viel mehr abdecken, als in Unicode so vorhanden ist. Dann definiert Unicode geometrische Zeichen und bis zu sieben Größen. Die sind dann punterbunt über Unicode verstreut, weil es halt im Laufe der Jahre immer wieder dazugekommen sind. Und ich habe mich entschieden, das ist jetzt die zweite Zeile über dem Zeichen, die einfach geordnet nochmal in der Private Use Area abzulegen. Das gleiche gibt es eben mit Quadraten. Bei diesen Diamonds, heißt es auf Englisch, also Quadratraute, das ist ein auf die Spitze gestelltes Quadrat, kennt Unicode nur diese sechs. Und ich unterstütze halt auch sechs Größen durch. Und das geht mit vielen weiteren geometrischen Zeichen so weiter. Also es gibt noch mehr, als hier drauf sind, aber das ist halt auch Vollständigkeit oder Komplettierungswahn, dass ich einfach alles haben möchte und nicht einfach, hat er von Design in Strand gedacht, gibt es nicht. Und dann habe ich noch diese eingefassten Zeichen, ein bisschen in so einem Kringel, die wird es auch noch in einem Quadrat geben, die man es zum Beispiel bei CDs für die Tracknummern verwenden kann. Da gibt es eben auch die Ziffern von 0 bis 20 und die Lateinbuchstaben groß und klein. Die Ziffern auch noch weiß auf schwarz, aber ich habe es auch noch so gemacht, dass man Ziffern wirklich bis 99 setzen kann. Allerdings sind die natürlich nicht alle in dem Front drin, sondern ich habe linke und rechte Hälften. Das ist keine Idee von mir. Ich habe entdeckt, dass es von Just Van Rossum eine Schrift Just Numbers gibt aus den Mitte der 90er Jahre, wo das auch so gelöst ist. Also ich habe das jetzt jetzt wieder nachgeschaut, aber ich war mir eigentlich sicher, dass die Idee nicht von mir stammt. Aber die sind eben entsprechend zugerichtet, dass sie sich halt genau überdecken, wie man es ja in der Zeile drüber sieht. Und das werde ich halt für die Quadrate auch noch machen. Und das sind eben so die Leckerli oder Schmanker, könnte man vielleicht auch sagen, die vielleicht die Schrift über die Mathematik hinaus für andere auch interessant machen könnten. So, dann zum Abschluss habe ich noch ein paar Beispiele. Das ist einfach so eine Beispielseite für Mathematikssatz, die es in einem wichtigen Buch zu Tech gibt, wo die für alle möglichen Mathematikschriften gezeigt ist. Darum habe ich die eben auch gesetzt, wenn man es damit, wenn man dieses Buch hat, gut vergleichen kann. Und ich hoffe, man sieht, dass das jetzt alles schön, gleichmäßig, gut lesbar, wenn auch nicht unbedingt verständlich aussieht. Und dann nochmal das Beispiel vom Anfang, wie das eben in dieser Tech-Schriftart Computer Modern ausgesehen hat. Und wie es jetzt mit Minion und Minion North aussieht. Also ich hoffe, man sieht, dass es schön gleichmäßig ist. Es ist auch ein bisschen platzsparender. Und also mir gefällt es besser. Und es ist natürlich Geschmackssache, aber für mich ist es allein auch eine Abwechslung, wenn man halt nur das oben immer kennt und alle Bücher und alle Artikel in diesem Schriftart sind, freut man sich, wenn man einfach was anderes sieht. So, das war's. Verfügbar ist die Schrift über mich, also über meine Website und über meine Firma namens Typomar, sowie Typografie und Mathematik. Hoffentlich leicht zu merken. Die Website ist momentan etwas antiquiert, wird aber überarbeitet und hoffentlich ab Oktober ist sie dann neu verfügbar mit dem richtigen Webshop. Also bitte in ein paar Monaten dann wieder reinschauen und sich dann daran erfreuen. Gut, vielen Dank. Vielen Dank.